Bitte. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ingrid Thurnherr begrüßt Sie bei einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Heute live aus Graz, aus dem Kochstudio Miele und neben mir sind jetzt prominente Gäste versammelt und allen voran der Gastgeber des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, denn ich begrüße jetzt ganz schnell Herrn Anton Konrad, der mir jetzt sagt, wie viele Gäste heute da waren und in einem Satz, wie es heute war. Es waren 54 Gäste da, es war super, die 1.456 Kekse haben wir gebacken, fünf haben wir genascht, der Rest wird verteilt. An meiner Seite jetzt Margarete Fisch, auch Fisch-Gräte genannt. Mein Gott, ich freue mich so. Ich habe völlig Kekse bochen für den Baby, weil der Baby tut er nichts. Der Baby tut weder bei der Nacht, was ist da denn los? Jede Nacht seine Leidenschaft verflacht und bochen tut er auch nicht. Und jetzt habe ich bochen heute für alle, die los da waren und auch für den Herrn Kraki. Und ich freue mich sehr. Also ihr hättet es einmal vorhin jetzt gesehen. Wir haben jetzt bald Neumond. Es gibt wieder ein Handy irgendwo, seine Frechheit mit einer Sendung sowas. Und da kann man ganz viele Kekse essen, weil dann nimmt man nicht zu. Und das hätte ich einmal gesehen. Außerdem haben wir ja den Schützen jetzt im Regenten. Und das ist natürlich alles in der Fülle und alles in seiner Größe. Gerhard Rotter freut sich ganz besonders. Und ich darf zurückgehen jetzt ins Studio. Und Ingrid Thurnher sagt, guten Abend und gute Nacht.